hmmm Ah, was ist das? Mittwoch in der Früh Ah, das wird ein Anruf sein Ah, Renate, das macht sie jetzt auch nicht besser Renate, was ist denn schon wieder? Ja, du grüßt ja noch ganz kurz, ich hab gerade eine Meldung gehört, dass da jemand im Ingen hockt und grüßt und ist bei dem Wetter. Du schaust aber schnell, was da los ist. Wahnsinn, das ist ja der Turbostress. Ja, ich schaue alles nicht an mich, alles klar. Ja, und dann gehen wir halt. Jetzt kommt da so ein Zipfel runter hin und kriegt das coolere Zeit zu kommen und wir wieder arbeiten gehen weiter. Unsere Scheißkamera da ist. Jeden Tag diese Arbeit. Frügel gehen weiter. Jetzt gehen wir weiter. Schick dich. Schick dich. Schick dich. Nicht da vorne, da einer. Oh Gott, Hund, Bläder. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, brav ist er. Ganz ein braver Hund. So, ist gut. So ist er brav. So, jetzt geh rum. Schnell. Schnell. Ich kasse diese Außeneinsätze. Das ist eine Katastrophe. Jetzt gehen wir links runter. Ja, Mensch. Ja, was ist denn das da? Ja, wer ist denn das? Ja, das ist ja. Wieder schau einmal. Das ist ja die Magdalena. Ja, sag einmal, Magdalena, was machst du denn da? Ja, Kaltwasser grillen. Das ist doch die Facebook-Aktion, wo uns die von Fit und Fan nominiert haben. Ein Facebook ist so ein Krampf. Das braucht ja kein Mensch nicht. Was ist denn das überhaupt? Und was hat das so einen Sinn? Man muss sich halt ins kalte Wasser reinhocken und da grillen. Und das hat dann im besten Sinne noch irgendeinen karitativen Zweck, dass man halt an irgendeine gemeinnützige Organisation was steht. Bin ich total dagegen. Machen wir überhaupt nicht. Aber das hilft jetzt nicht. Das muss man halt so machen. Jetzt hofft jetzt, oder? Ja, was ist denn das da? Fridl, schau einmal hin. Was ist denn das da? Ja, das ist ja ein Würstchen. Ja, ein Würstchen ist das fein. Ja, das ist aber meins. Fridl, das kriegst du nicht. Ja, ich grill dir eins. Da grillen wir dir eins. Und da kriegt der Fridl ja ein Wurstchen. Na, Fridl, schau halt einmal her zu mir. Jetzt auch brav ist er. Also danke an das Team von Fit und Fan für die Nominierung. Lass meine Wurstchen ruhen. Wir nominieren im Gegenzug das Team vom Kuhstall, das Team von Wasserburg24, und die Wasserburger Stadtkappel. Und damit das Ganze natürlich noch einen karitativen Zweck hat, dann wird für jeden Like, den dieses Video innerhalb der nächsten Woche kriegt, einen Euro an die Jugendfeuerwehr Wasserburg spät. Also haut's in die Tasten. Ah, und das Wichtigste auch noch vergessen. Kurwa! Diese drei Nominierten haben eine Woche Zeit, es uns gleich zu tun. Ansonsten gibt's für uns ein schönes Grillfest. Und der Fridl ist viel. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. eriHviewerえる呼さん,